yoga nidra beginner gesprochen von katharina mittendorf kommen eine angenehme liege position lege dich auf den rücken entweder auf den boden eine decke oder eine yoga matte entferne alles was dich im liegen stören könnte zum beispiel haargummi brille schmuck sorge dafür dass du angenehm liegt wenn du magst legt ihr ein kissen unter den kopf und vielleicht eine erhöhung unter die kniekehlen zu alles was nötig ist damit sich dein körper ganz entspannen darf während der schwangerschaft oder einem unangenehmen gefühl in der rückenlage lege dich auf die linke seite oder wenn bekannt in die haltung von matsya kridasana dem dahin geworfenen fisch je nach jahreszeit decke dich mit einer dünnen oder warmen decke zu kommen nun in shavasana die totenhaltung die beine liegen hüftbreit voneinander entfernt die zehen fallen locker nach außen die arme liegen etwas abseits vom körper die handflächen zeigen möglichst nach oben die finger sind leicht gekrümmt hebe noch einmal den oberkörper zieh die schulterblätter an den rücken und leg den oberkörper dann ab spüre die weite im brustraum hebe das gesäß schiebe es zu den füßen und lege wieder ab spüre die länge im unteren rücken nimm nun die veränderung vor die du noch brauchst um für die dauer von yoga nidra möglichst entspannt und still liegen zu können löse die zunge vom gaumen und lege sie sanft am mundboden ab die zähne berühren sich nicht und die lippen liegen weich aufeinander yoga nidra ist eine methode die zu körperlicher geistiger und emotionaler entspannung führt in völliger entspannung bis du bei vollem bewusstsein das ist yoga nidra yoga nidra beginnt während yoga nidra bleibt der körper ganz ruhig und der geist entspannt der körper schläft und der geist ist wach falls deine gedanken dennoch abdriften sollten kehre immer wieder zurück zu deinem atem oder meiner stimme sage dir nun im geiste ich praktiziere yoga nidra und bleibe die ganze zeit wach wiederhole diesen satz dreimal im geiste dann spüre deinen natürlichen atem lenke deine wahrnehmung nun zum körper nimm die rückseite des körpers war wie sie am boden aufliegt gibt das ganze gewicht des körpers an den boden ab spüre die fersen wie sie auf dem boden aufliegen und spüre den punkt zwischen ferse und boden spüre die waden wie sie am boden aufliegen und spüre den punkt zwischen waden und boden spüre die rückseite der oberschenkel wie sie am boden aufliegen und spüre den punkt zwischen rückseite der oberschenkel und boden spüre das gesäß wie es am boden aufliegt und spüre den punkt zwischen gesäß und boden spüre den rücken wie er am boden aufliegt und spüre den punkt zwischen rücken und boden spüre die hand rücken wie sie am boden aufliegen und spüre den punkt zwischen hand rücken und boden spüre die schultern wie sie am boden aufliegen und spüre den punkt zwischen schultern und boden spüre den hinterkopf wie er am boden aufliegt und spüre den punkt zwischen hinterkopf und boden spüre die ganze körperrückseite wie sie am boden aufliegt und spüre den punkt zwischen körperrückseite und boden spüre deinen natürlichen atem nun bringen deine aufmerksamkeit zu geräuschen in deiner umgebung nimm zuerst geräusche war die sich weit außerhalb des raums befinden gehe von geräusch zu geräusch ohne über ihre bedeutung nachzudenken dann bring deine aufmerksamkeit zu geräuschen hier in diesem raum gehe von geräusch zu geräusch verschiedenen geräuschen richte nun deine aufmerksamkeit zu geräuschen in der nahen umgebung und zu geräuschen die aus dem körper an dein ohr dringen gehe von geräusch zu geräusch von einem zum nächsten dann lasse alle geräusche möglichst nach und nach los bring deine aufmerksamkeit zu deinem natürlichen atem zu beginn von yoga nidra widmest du dich dem sankalpa das sankalpa ist ein vorsatz der aus der tiefe deines herzens stammt dieser satz ist positiv in der ich form kurz prägnant und in der gegenwart formuliert zum beispiel ich lebe mein leben in liebe und frieden wenn dich ein solcher satz bereits gefunden hat dann wiederhole diesen jetzt drei mal im geiste und er wird wahr wenn ein solcher satz bisher noch nicht zu dir gekommen ist dann lasse an dieser stelle einen raum er wird in einem anderen yoga nidra zu dir kommen das sankalpa ist wie ein sam der sich in dein unterbewusstsein pflanzt auf dass er ins bewusstsein hinein früchte trägt wenn du dein sankalpa dreimal wiederholt hast lass es einfach im raum sein und spüre deinen natürlichen atem richte die aufmerksamkeit nun zum körper ich werde nun verschiedene körperteile nennen die du im geiste als wort wiederholst und jeweils ein bild von dem körperteil vor deinem inneren auge erzeugt wenn ich sage rechte hand wiederholst du im geiste rechte hand und erzeugt ein bild von der rechten hand verfolge die ansagen entspannt und gelassen auch wenn sie eventuell zu schnell oder zu langsam erscheinen rechte hand daumen der rechten hand zeigefinger mittelfinger ringfinger kleiner finger alle finger zusammen handfläche handrücken handgelenk unterarm ellenbogen oberarm schulter achselhöhle rechte seite des oberkörpers hüfte oberschenkel knie unterschenkel fußgelenk ferse fußsohle fußspann großer zeh des rechten fußes zweiter zeh dritter zeh vierter zeh kleiner zeh alle 15 der rechte fuß die ganze rechte seite des körpers linke hand daumen der linken hand zeigefinger mittelfinger ringfinger kleiner finger alle finger zusammen handfläche handrücken handgelenk unterarm ellenbogen oberarm schulter achselhöhle linke seite des oberkörpers hüfte oberschenkel knie unterschenkel fußgelenk ferse fußsohle fußspann großer zeh des linken fußes zweiter zeh dritter zeh vierter zeh kleiner zeh alle fünf zehn der linke fuß die ganze linke seite des körpers kopf krone stirn rechte augenbraue linke augenbraue punkt zwischen den augenbrauen trikuti rechtes auge linkes auge rechte schläfe linke schläfe rechtes ohr linkes ohr schlüsselbein linkes schlüsselbein rechte wange linke wange nasenspitze rechtes nasenloch linkes nasenloch die ganze nase oberlippe unterlippe rechter kiefer linker kiefer hals rechtes schlüsselbein linkes schlüsselbein brustbein oberer bauch mittlerer bauch unterleib genitalien die ganze vorderseite des oberkörpers das ganze rechte bein das ganze linke bein beide beine der ganze rechte arm der ganze linke arm beide arme vorderseite des oberkörpers rückseite des oberkörpers der ganze oberkörper der kopf die haare der ganze körper der ganze körper der ganze körper der ganze körper und der ganze körper der ganze körper ist entspannt der geist ist still spüre deinen natürlichen atem bring deine aufmerksamkeit zum bauch spüre wie sich die bauchdecke mit der einatmung hebt und mit der ausatmung wieder senkt einatmen die bauchdecke hebt sich ausatmen die bauchdecke senkt sich beginne die atemzüge zu zählen zähle von 27 abwärts zähle wie folgt ich atme ein 27 ich atme aus 27 ich atme ein 26 ich atme aus 26 atme in dieser art und weise fort bis du bei 1 ankommst oder bis ich etwas anderes ansage wenn du eingeschlafen bist beginne ebenfalls erneut bei 27 bist du bei 1 angekommen beginne wieder bei 27 22 22 23 23 25 25 25 22 25 25 Vielen Dank. Dann kehre zurück zu deinem natürlichen Atem. Wiederhole nun dein Sankalpa vom Beginn des Yoga Nidra. Wiederhole diesen deinen Satz dreimal mit deiner inneren Stimme und er wird wahr. Dann lass den Satz gehen und kehre zurück zu deinem natürlichen Atem. Oder lass wie zu Beginn an dieser Stelle einen Raum. Lenke nun die Aufmerksamkeit auf Geräusche in deiner Umgebung. Dann lausche auf Geräusche, die dein Körper erzeugt. Spüre, wie dein Körper auf dem Boden aufliegt. Nimm die Auflagefläche deines Körpers auf dem Boden wahr. Zeichne in Gedanken eine Linie um deinen Körper. Beginne den Raum zu visualisieren, in dem du liegst. Die Decke, die Fenster, den Boden, die Tür. Kehre immer mehr zurück in deinen Körper und in diesen Raum. Ich töne jetzt ein Om und dann ist Yoga Nidra beendet. Yoga Nidra ist nun beendet. Bewege deine Zehen, deine Finger. Kreise Hand und Fußgelenke. Strecke dich lang am Boden aus. Zieh die Knie zur Brust und roll dich klein zusammen. Lass den Kopf dabei entspannt am Boden. Brauchst du jetzt Aktivität? Dann strecke den linken Arm nach hinten aus und lass dich auf deine linke Seite sinken. Atme gut in die oben liegende rechte Seite ein und aus. Komme, wenn möglich, mit geschlossenen Augen über die Seite zum Sitzen. Lege die Hände auf den Knien oder Oberschenkeln auf. Die Handflächen weisen nach oben. Rolle den Zeigefinger ein und lege ihn an den Ansatz des Daumen und lege den Daumen um den gerollten Zeigefinger. Dann töne, wenn du magst, ein Om und dreimal Shanti. Dann lass die Hände hinter den Rücken sinken und greife mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Mit der nächsten Ausatmung lass den Oberkörper Richtung Boden sinken oder bringe das Kinn zum Brustbein. Atme in dieser Verneigung ein und aus. Mit der nächsten Einatmung hebt den Kopf oder den ganzen Oberkörper wieder nach oben. Löst die Hände hinter dem Rücken. Lass die Augen noch geschlossen. Reib die Handinnenflächen aneinander, sodass Wärme und Aufmerksamkeit entsteht. Leg die Handinnenflächen auf den Augen auf. Spüre hier in die klare Stille der Dunkelheit hinein, die vor deinen geschlossenen Augen entstehen darf. Bring die Handinnenflächen wie ein geöffnetes Buch in einen Abstand vor dein Gesicht. Dann öffne die Augen und blicke direkt in deine Handinnenflächen hinein. Bring die Hände in der Gebetshaltung vor dem Herzen zusammen. Haryum Tatsat, Haryum Tatsat, Haryum Tatsat, Haryum Tatsat, Danivat, Prem und Om.